Herr Vogenhuber, wie haben Sie denn heute das wahrgenommen, hier den Rücktritt von Sebastian Kurz? War das für Sie überraschend und wie fanden Sie seine Abtrittsrede? Naja, wenn man einmal von der gefühlvollen Abschiedsrede und den Aufregungen des heutigen Tages absieht und einen kühlen Blick darauf wirft, dann erleben wir Aufstieg und Fall eines Blenders. Für Sebastian Kurz stand immer Inszenierung, Message Control, Marketing über jeden politischen Inhalt, wenn man einmal von seiner rechtspopulistischen Grundstimmung absieht. Er ist ja vom Typus her der dritte Versuch eines Schwiegersohns der Nation. Das ist so ein irrationales Phänomen der politischen Landschaft in Österreich und der politischen Seele in Österreich zwischen Erlöser und Messias und ja, zu jung und zu schön und zu reich und zu klug. Nach Heider, nach Karl-Heinz Grasser, die dritte Ausführung und die hat eben das Schicksal erlitten, wie alle anderen auch. Wieder mit einem Rattenschwanz von Korruptionsaffären und Verfahren, wieder mit einer schweren Beschädigung des Ansehens Österreichs im Ausland, wieder mit zehn versäumten Jahren. Er hat in vier Jahren drei Regierungen in die Luft gesprengt. Ja, ich wünschte, ich könnte auch hoffen, dass mit ihm als letzten Erben auch die Ära Wolfgang Schüssel wirklich endgültig zu Ende ist. Aber wenn ich Nehammer als Nachfolger höre, dann bin ich gar nicht ganz sicher. Ich wollte gerade darauf zu sprechen kommen, auch wenn wir jetzt eben Karl Nehammer als designierter Nachfolger und auch ÖVP-Chef beziehungsweise auch Kanzler jetzt hier sehen. Was bedeutet das denn jetzt für die ÖVP? Für Sie ist das auch das Comeback der Schwarzen, also sprich, dass der türkise Mantel wieder wegkommt und es soll ja auch eine Umstellung kommen, überhaupt in der Regierungsriege der ÖVP. Was bedeutet das? Naja, wie gesagt, es war ein Hoffnungshunke, der sich aber doch jetzt eigentlich schon erlischt, bevor man ihn irgendwie recht wahrnehmen kann. Ich habe Wolfgang Schüssel nicht ohne Grund zitiert. Er war sozusagen der Mastermind dieser gesamten Strategie mit St. Pölten als Kaderschmiede einer neuen ÖVP. Seine politische Strategie war die Einbindung der Rechten in das politische Machtzentrum der Republik, um die Sozialdemokratie auf lange Frist von diesem Machtzentrum auszuschließen. Sebastian Kurz ging einen Schritt weiter und hat sich die rechten Inhalte praktisch zu eigen gemacht mit einem Hauptinstrument, Hauptadepten, Hauptjünger, auch Nehammer, neben Blümel. Und wenn ich jetzt sehe, dass wer sein Erbe antreten soll, dann sehe ich nicht, dass diese Ära Wolfgang Schüssel wirklich zu Ende geht. Nehammer ist ebenfalls so ungefähr aus dem selben Holz geschnitzt, jetzt abgesehen davon, dass er eben nicht den Schwiegersohn der Nation abgeben kann, auch nicht so charismatisch ist und auch nicht rhetorisch so eingeübt. Aber er führt diese Linie fort, die ÖVP aus einem christdemokratischen, auch zum Teil liberalen Lager der Vielseitigkeit in eine doch recht stramme, rechte, rechtspopulistische Partei überzuführen. Da gibt es sozusagen die Machtfiguren der Landeshauptleute, die ja von Schüssel bis Kurz zu einer Art Schattenregierung geworden sind. Die gerieren sich ja heute geniert als Gesetzgeber, des Bundesgesetzgeber, obwohl die Landeshauptleutekonferenz gar keine Institution ist und auch in der Verfassung gar nicht existiert. Aber das sind eben diese Doppelstrukturen, die von Schüssel an bis zu Kurz entstanden sind. Und wenn die ÖVP sich davon nicht verabschiedet, dann, glaube ich, kann man nicht wirklich von einem Bruch reden. Frau Gernhuber, es sind Sie ja selbst auch ein grünes Urgestein. Die Grüne sind ja der Koalitionspartner einer Koalition, die in den letzten, naja, sagen wir mal Wochen und Monaten nicht unbedingt auf ganz stabilen Beinen steht. Wie sehen Sie denn jetzt auch diese Auswirkungen des Rücktritts von Sebastian Kurz auf diese Regierung? Es gibt ja einige, zum Beispiel Niki Fellner hat heute bei uns gemeint, er kann sich nicht vorstellen, dass diese Regierung über 2022 genauso hält. Auch jetzt der erste rote Landeshauptmann, Hans-Peter Doskozil, hat sich als erstes geäußert und spricht von Neuwahlen, die er fordert. Wie sehen Sie das Ganze? Also, wenn Sie mir nicht böse sind, sage ich einmal, mit einem Gestein kann man ja nicht reden. Ich bin einer der Gründer der Grünen, war ihr Klubobmann und Partei-Sprecher. Aber das Urgestein hat sich ja offenbar in der österreichischen Journalisten so eingebürgert. Also, ja, die Grünen gehen auf Messerschneide, das glaube ich, wissen sie auch. Ich glaube, sie haben beim Rücktritt, beim Erzwungenen, von ihnen Erzwungenen Rücktritt von Sebastian Kurz, das auch gemerkt, dass sie da über einen Abgrund wandeln. Sie haben auch im Bereich der Umweltpolitik ein paar rote Linien gesetzt und auch durchgesetzt. Natürlich haben sie einen enorm hohen Preis gezahlt dafür mit einer Toleranz einer inhumanen Asylpolitik, einer Xenophobie, die in diesem Rechtspopulismus herrscht, mit einer praktisch nicht mehr existenten Europapolitik, in dem sie Sebastian Kurz das Feld überlassen haben und zugeschaut haben, wie er Allianzen mit den nationalen und nationalistischen Regierungen in Europa gegen die europäische Integration schmiedet und so weiter und so weiter. Auch im Umweltbereich, siehe ja nun mal nur Bepreisung von CO2, haben sie sich mit kaum erträglichen Kompromissen abgegeben. Aber sie versuchen recht und schlecht damit zurecht zu kommen und halten sich an der Chance fest, nicht nur die FPÖ in der Regierung zu verhindern, sondern doch das eine oder andere auch vortrittliche wenigstens im Umweltbereich durchzusetzen. Wie weit das gut gehen kann, weiß ich nicht. Bin ich skeptisch, muss auch sagen, dass die sozusagen die Ablehnung, diese reflexartige Ablehnung von Neuwahlen mir nicht ganz einleuchtet. Das ist jetzt eine Situation, wo diese Regierung kurz zwei, nach eineinhalb Jahren schon wieder am Ende ist. Und man sollte das eingehen, diskutieren. Ja, die Pandemie braucht eine gewisse konstante Politik. Ich sehe sie nicht gefährdet. Ja, vielleicht, wenn man es versucht, wird es ein sehr, sehr schwieriges Unterfangen. Gehen Sie davon aus, dass diese, ich frage Sie jetzt noch direkter, dass diese Regierung bis über, also sprich die volle Legislaturperiode hält, beziehungsweise zumindest bis über 2022 hinaus? Also nur dann, die Regierung wird, so denke ich, nur dann halten, wenn die Grünen bereit sind, sehr hohe, wenn nicht noch höhere Preise zu zahlen dafür. Sprich zum Beispiel Lobautunnel. Ja, zum Beispiel Lobautunnel, aber auch jetzt die ganze ökologische Steuerreform ist ja noch nicht in trockenen Tüchern. Ich sehe da immer wieder Ansätze, das in Frage zu stellen. Und das, was in der Diskussion über den Lobautunnel zum Vorschein kommt, ist eine Steinzeitverkehrspolitik. Ja, also wenn man das noch nicht realisiert hat, dass man einen acht Kilometer langen Tunnel unter einem Naturschutzgebiet, unter einem der schönsten, die in diesem Raum überhaupt noch existieren, dass man da praktisch kein Verständnis darauf hat, dass man dafür hat, dass man nach 20 Jahren eine weitere wirkliche, diesmal wirklich auch ökologische, soziale Evaluierung vorantreibt. Und was ich da für Argumente höre, ja, das erinnert mich an die verkehrspolitische Debatte, die ich als Stadtrat von Salzburg führen musste, vor 30 Jahren. Das heißt nicht Gutes. Und Nehammer ist ein Name, der doch für eine sehr reaktionäre Politik steht. Und ich sehe da wenig Ansätze dafür, dass das jetzt leichter werden sollte, humaner in der Asylpolitik, europäischer in der Europapolitik. Ich sehe da gar keine Figur der Erneuerung. Ich kann da überhaupt keinen Aufbruch erkennen. Und damit wird das, glaube ich, von Tag zu Tag fair werden. Wenn wir nochmal auf den Rücktritt von Sebastian Kurz zurückblicken, vor allen Dingen auch in der Politiklandschaft österreichweit insgesamt, war ja doch eine der prägendsten Figuren, wenn nicht die prägendste Figur der letzten zehn Jahre hier, hierzulande. Und gleichzeitig, jetzt ist natürlich hier ein Loch da, wo letzten Sommer haben schon alle Parteien, außer den beiden Regierungsparteien, gefordert, Kurz muss weg. Jetzt ist es soweit. Wer sind denn für Sie die Gewinner und wer sind die Verlierer dieses Rückzugs von Sebastian Kurz? Ich habe nicht umsonst den politischen Hintergrund angesprochen. Ich meine, die prägendste Figur, ja, wenn Sie wollen, aber wer waren denn die prägendsten Figuren seit 2000, seit Wolfgang Schüssel? Haider, Grasser und Kurz. Schon bei Haider dachte man, die Welt bricht zusammen, zumindest aber das rechte Lager, wenn er nicht mehr sein wird. Es war nicht so. Ich glaube, dass diese politischen Figuren dieses Zuschnitts, das sind ja von ihrer Grundanlage her Strohfeuer und sozusagen Inszenierungen, die, wenn sie entfallen, so ein gehendes Loch aufmachen, aber es ist nur eine fehlende Inszenierung. Die sind leicht zu ersetzen. Der Geist, der Ungeist, würde ich sagen, der dahinter steht, bleibt genau gleich. Und Sie werden sehen, dass dieser herrschende Rechtspopulismus, der hier in die ÖVP eindringt und der sozusagen als strategisches Ziel eine Vereinigung des rechten Lagers hat, dass der aufrecht bleibt und jederzeit einen neuen Nachwuchs da, vielleicht sogar wieder einen neuen Schwiegersohn der Nation oder einen neuen Erlöser hervorbringen wird. Da muss man ja auch die Medien einmal fragen nach diesen 20 Jahren. Alle, sowohl Haider wie Grasser wie Kurz, verdanken ihre politische Existenz einem Medienhype. Sie wurden aufs Schild gehoben, wissend, dass sie eigentlich keine politischen Inhalte, Ziele vertreten, die über eine kurzlebige Inszenierung hinausweisen. Das war's reason. Das war's reason.